Oh! Oh! Oh, Backe! Und hier sind wieder die ganzen Affen am Start. Die weisen Affen. Boah, die adden uns gar nicht. Hab ich das Gefühl. Boah. Haben wir im Moment keinen Bock auf Fighten. Eine Güte, jetzt hat er aber hier... Jetzt laufen wir aber einen kleinen Weg. Wir können aber eben unboxen hier. Ja, so. Was hab ich denn jetzt hier? Finde die Debuff? Die Debuff ist das rote Traum in Rot. Kunst um der Kunst willen. Achso. Ja, wer das kapiert, ist jetzt sehr weise. Weiter geht's hier im Morgenhauch. Im Morgenhauch. Oh, vielleicht fliegen wir jetzt mit dem Luftballon. Ey, da hinten ist so eine Wasserblase. Wasserblase! Verbrennt fünf verschandelte Rollen der Weisheit. Alter München. Schön euch zu sehen. Aller, hier hinten sind noch ein paar Quests. Und hier ist wieder Jojo Eisenstern. Eisenstern ist wieder glatt dabei. Möge der weiße Tiger über euch wachen. Ja, der weiße Tiger möge über uns wachen. Und der älteste Schau-Pei ist auch hier. Super! Moin Schau! Möge die eure Leidenschaften beherrschen. Schau-Pei? Hier, da hinten kann man die Dinger anzünden, sehe ich wohl. Da hinten kann man alles machen. Achso, zehn, bla bla bla, acht, bla bla bla, zwölf davon und vier davon. Ja, hier direkt, hier ist auch so ein Ding. Hier willst du mir mit mir links die Flanke nehmen? Ich muss näher heran. Noch nicht bereit. Black King! Dann das noch nicht gut. Nicht genug Energie. Ach, und hier ist auch dieses herrenlose Steinblöcke. Anzeigen kann man ja auch. Das ist doch nice. Traum in Rot. Nein, das will ich nicht. Na, jetzt hat er mich erwischt. Oder mich erwischt? Oder mich? Adamantium Erz. Hey, da hinten ist auch noch ein anderer Panda. Moin. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht hier. Noch nicht bereit. Oh, jetzt habe ich wieder Traum in Rot. Diese Fähigkeit ist nicht mehr. Was auch immer das bringt, wie es ist, ist ein wichtiger Debuff. Wollen wir uns doch nur zerarschen. Ja, zerarschen wollen wir uns. Was sind eigentlich die Pinsel hier? Welche Pinsel? Ah, jetzt habe ich auch einen. Die sind hier in diesen Dingern drin. In den Affen, ja. In den Affen, ja. In den Affen, ja. Weil die uns ja damit doch immer betörigen. Wuuuuhuuu. Ich muss sie mal ganz kurz ein bisschen leiser stellen. Du bist bei mir richtig laut geworden gerade. Ja, ich hoffe auch jetzt nicht im Let's Play so laut. Aber das klappt wohl. Ah, komm. Ah, der Affe ist weggesprungen. Ach so, angezündet haben wir schon alle. Da müssen wir die nur noch killen. Und diese restlichen Blöcke so finden. Ja. Kann das noch nicht tun. Gehe gerade nicht zu wenig Energie. Oh, jetzt habe ich auch einen 104 Crit gerade gemacht. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Ah, ich kann das auch looten. Ach so, wir kriegen ja immer gleich. Natürlich. Und du? Ach so, nee. Die Pinsel habe ich jetzt vier. Ach so, hast du ein paar verliegen lassen. Ich habe ein paar liegen lassen. Pandamöö. Das ist ja kein Problem. Wir kloppen uns ja gerne rum. Brauchst du noch Steinblöcke? Ja, vier. Ach so, ich brauche auch noch vier. Vier, vier Steinblöcke. Vier Steinblöcke brauche ich noch. Jetzt brauche ich noch zwei. Brauche ich noch zwei. Zwei. Da oben fliegt immer noch dieses Monster. Sauren. Oder Shauren. Oh, fertig. Drei Pinsel brauche ich noch. Also drei Äffchen. Ich bin auch fertig. Äffchen. Da hinten ist eins. Da rechts. Da ist er. Rechts. Hier sind zwei. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Ich kann diesem Zauber noch nicht wirken. Zack, 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 zack. Kapp und Kappa. Wo ist er? Bin er so hochgesprungen? Wie bist du da hochgesprungen? Wie bist du da hochgesprungen? Ich bin gar nicht hochgesprungen. Wie denn da hochgekommen? Hier bin ich aber hochgelaufen. Ich kann das noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht. Ach so. Der ist hier noch hochgesprungen. Ja, die haben einiges drauf, die Typen. Ja, die können springen wie die Affen. Aber wir sind ja zu zweit. Zack. Zack. Ihr solltet das aber eventuell auch alleine hinkriegen. Hast du jetzt alle Pinsel? Oh, Moment. Jetzt habe ich ihn gar nicht gelootet. Oh nein. Ja, dann lass es den hier töten. Äh. Oh, eine Güte. Das ist zu weit. Ah, ich kann die alten noch bluten. Die wir folgen. Okay, ganz. Nicht genug Energie. Die Typen ist noch nicht bereit. Die Typen ist noch nicht bereit. Gut, ich töte den hier aber noch. Mach das. Black Kick. Und weg ist das Ding. Und ich mache auch einen Black Kick. Ne, mach ich gar nicht. Tja. Tja. Hier ist ja so ein riesiger Ballon. Ach, der ist sehr früh aufgefallen. Hä? Ich hatte doch vorhin schon gesagt, ich glaube wir fliegen gleich Ballon. Weiß ich gar nicht. Ballon. Schön euch zu sehen. Boah, jetzt gibt's hier wieder drei Quests. Alter Schwede. Die höchste Tugend ist der Mann. So, wieder die klassische Kombination. Einmal töten, einmal sammeln und nochmal töten. Und gestohlenes Feuerwerksbündel und 20 Hosen in Viehfängerschlangen. Ja. Und wieder mal werden die Pandaren beklaut, sehe ich. Oh, wir müssen aber hier oben. Das muss man den Affen. Oh ja. Hero Band. Ja, die Pandaren werden anscheinend immer beklaut. Also die haben hier immer Stress mit Dieben und Ströchen. Können wir doch entscheiden, ob wir Allianz oder Horde sind? Ich weiß es irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht. Ich werde mich sowieso für die Horde entscheiden, egal wann und egal wie und egal wo. Lass uns das hier zusammenhellen. Das liegt doch nicht. Oh, hier ist auch eine Quest. Super. Oh, das ist ein Puma oder was ist das? Ach so, wir haben so eine kleine Pandaren-Typen hier dabei. Ja. Deiner ist kleiner als meiner. Ich habe einen Mann, du hast eine Frau. Nein. Bei mir habe ich einen Mann und eine Frau. Ach, du lügst. Dann ist es doch wirklich. Dann ist es einfach hier so ein bisschen. Und hier ist auch... Hier ist Bärchen. Unser Bruder. Bärchen. Bärchen und Sarah. Life of the Camp. Hier sind richtig viele Bambis. Ich habe wieder einmal eine Menge gezogen. Boah, ich bin bei dir. Was ist das denn? Boah, nice. Je Feuerpfote. Ja. Also wenn wir das später auch können. Ich glaube, das können wir später, ja. Auf jeden Fall. Das habe ich in dem Let's Play bei dem Panda da mal gesehen. Boah, ist ein anderes Let's Play. Guck. Bereit. Also unser. Soll er mal wieder abgehen gehen. Wo müssen wir? Oh, hier hinten. Der geht hier ordentlich ab, der Typ. Oh, der ist nicht schlecht. Deswegen soll... Einiges auch im Kasten. Deswegen sollen wir noch gleich 20 töten. Und alles andere wäre hier einfach sinnlos. So, dann jetzt noch ein so ein Fässchen brauche ich. Na, der Typ geht ab, wieso? Ach, jetzt hast du bei mir auch eine Frau. Ne, Bärchen hat eine Frau. Wie viel brauchst du noch, wie viele Dinger? Ich brauche noch 5 Kills und... Brauchst du auch noch ein paar Kills? Ja, klar. Da hinten bist du. Zu, Gott, diese Feuerwerksbügel. Ich kann das noch nicht tun. Ach, wie soll. Ich habe zu wenig Energie. Nummer 4. Wir können auch Richtung Ruh-Rug gehen jetzt mal. Ja, Moment, ich brauche noch diese... Ja, die sind da ja auch. Die sind ja nicht nur... Ansonsten nehmen wir sie auch zurück. Ach, das meinst du, ja. Ja. Weil da hinten ist ja schon Ruh-Rug. Jo. Ruh-Rug. Ruh-Rug-Rug. Neyra ist auch da, Neyara oder so. Sind hier nicht überall sogar Feuerwerkskörper? Ja, sauber. Und Ruh-Rug ist gerade leider gestorben. Da bediene ich mich. Und wir warten auf Ruh-Rug. Hast du schon abgegeben? Nein. Dann mach das doch. Ne, warum denn? Ich warte, bis ich Ruh-Rug getötet habe und gib ein Dreier ab. Haha. Ich geb mal ab. Weil hier ist er jetzt schon. Huck. Ich habe zu wenig Energie. Das Zauber ist noch nicht bereit. Und jetzt gebe ich ab. Zögert nicht. Und wir haben einen neuen epischen Stab dabei. Ein Stab der Hosen. Die höchste Tugend ist der Tat und Feuerwerk. Wir sehen uns am Dock. Wir sehen uns am Dock. So, wir sehen uns am Dock, mein Kobo. Let's go. Äh, haben wir nicht gerade. Ach, wir kriegen gleich erst noch Feuerwerk. Ja, dann lass uns doch mal hier den Typ mit daherrennen, wenn wir uns am Dock sehen. Hier ist auch der kürzeste Weg. Der beamt sich. Ja, der kann's. Wir können uns leider nicht beamen. Noch nicht. Ja. Außer ich lock auf meinen Magier um, Leute. Das heißt, dann mal Porten. Porten. Portinhos. Oh, und jetzt müssen wir da hinten hin. Über das Seil laufen. Ist das schwer? Ja, das ist richtig schwer. Das ist schwer. Aber dann läuft er automatisch. Aber man kann gar nicht runterfallen. Einfach locker. Locker flockt mich darüber. Man kann nicht runterfallen. Oh doch, man kann doch runterfallen. Und er ist runtergefallen. Oh nein. Jetzt bin ich schon Stufe 9. Wie embarrassing. Wie embarrassing. Ja, ich hab gedacht, man kann da nicht runterfallen. Ich wollte es ja auch irgendwie unbedingt testen. Ja. Wenn ich jetzt natürlich nochmal runterfalle, wird's feinlich. Soll ich dich ein bisschen verwirren? Uh, ist das schwierig. Oh, wusa. Ich wäre fast schon wieder runtergefallen. Du willst ihn töten? Ja. Wuuuuh. Level up. Hat er ohne mich gelevelled? Ich weiß es genau. Ja. Jetzt guck mal diesen Move hier an. Wow. Jetzt guck mal diesen Move hier an. Er fällt runter. Wow. Ich hab's doch gesagt. Alles geplant. Alles geplant. Ich kann mir aber mal zeigen, wie die Pandas schwimmen. Genau. Das sieht nämlich auch ein bisschen anders aus. Nein, weiß ich gar nicht. Bin noch gar nicht geschwommen. Doch. Wir sind schon geschwommen. Geschwommen? Wir waren doch nur Kröten und Stinky Stink. Ey, wir sind aber auch schon mal nach unten geschwommen, wo wir mit dem Typen spielen sollten. Hast recht. Hast recht. Also manchmal vergesse ich auch was. Wir laufen miteinander. Wie ist das denn? Das ist nicht mehr. Ich will mal hier ein bisschen Action machen. Bam, bam, bam. Diese Fähigkeit ist noch nicht so gut. Puh. Findet Duffeng. 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 Ab 13 kann man glaube ich in Dungeon Brosie, oder? Kann man das nicht drüber nachkommen? Ach ja, ich weiß es gar nicht mehr. Wie hieß nochmal die Dings? Die erste Instanz? Ragefire. Ragefire Abgrund. A.K.A. Flammenschwund. Für die, die neu dazugekommen sind. Hast du schon den Hosenstab an? Na klar. Cool. Das ist doch der beste Stab, den wir haben. Ey, Moment. Oh, was geht dir denn ab? Was machst du? Das ist unterniedrig. Wir sterben. Down. Der erste Tod. Oh nein. Wie bitter. Ja. Also so sieht man dann in der Geistform aus. Was war denn das schon wieder? Eieieiei. Da hätte man glaube ich einfach durchrennen müssen. Ja. Wenn du sagst es so volllockerisch, warte mal. Ja, ich dachte da, er scheint jetzt hier, find, äh, wie heißt der? Duffeng. Er ist ja Geist des Windes. Ich dachte, er erscheint uns jetzt. Der stand da hinten. Hinten im Raum. Mit einem gelben Fragezeichen beim Kopf. Ja, dann los, dann hin. Oh, man sieht hier gar nichts, ey. Abwarten, würde ich sagen. Wir sind hier gerade in der Matrix. Ich stirb schon wieder. Ich bin tote Geld. Ich denke, ich ließ jetzt mal einfach. Ich gehe jetzt einfach mal durch und renne zu ihm. Hä, wie, du hast dich einfach wiederbelebt und bist stehen geblieben? Ich bin jetzt, ich, hier gibt's immer so, an den Rändern kannst du dich so ein bisschen hinstellen. Und jetzt bin ich bei ihm. Ja, wunderbar. Und ich warte hier mal. Ja, ich kann mich bloß nicht beleben. Achso, jetzt hier so. Du musst aufpassen, dass in dem Moment nicht der Dings losgeht. Oh, jetzt hab ich wieder gesund heute nicht richtig. Ich bin schon wieder tot. Ich bin schon wieder gut. Ja, ich bin schon wieder gut.